So Leute, ich habe für euch noch ein Video, was ihr machen müsst. Nämlich, besprüre eine grüne, gelbe, blaue oder violette Stahlbrücke, während du das Outfit Cameo benutzt. Das ist dieses Outfit, was ich gerade anhabe. Diese Brücke findet ihr hier auf der Karte. Kann ich euch mal innen zu markieren hier. Also ihr müsst einfach nur diese Brücke besprühen. Zack, schon zählt das und ihr ändert die Farben. Und ihr habt den Stil. Also wie gesagt, guckt einfach, das Ganze befindet sich hier. Ich wurde jetzt gekillt von einem Ehrenlosen. Schreibt ihn an, edit diesen Typen und sagt ihm, keine Ahnung. Also hier auf der Karte ist das Ganze, Leute. Also fliegt hin, spröht einfach nur und dann habt ihr diesen Skin-Stil. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.